Bei der Klavierbegleitung eines Liedes werden meist beide Hände gebraucht. Die linke Hand spielt in diesem Beispiel jeweils die Grundtöne mit, also E, G, C und wieder G. Suche diese Töne auf dem Klavier und drücke sie in der richtigen Reihenfolge nacheinander. Dann kannst du auch dies in den Tempi 60, 70 und 80 üben, bis es locker klappt. Dann kannst du auch dies in den Tempi 60, 80 üben, bis es locker klappt. Dann kannst du auch dies in den Tempi 60, 80 üben, bis es locker klappt. Dann kannst du auch dies in den Tempi 60, 80 üben, bis es locker klappt. Nun kommt der schwierige Teil. Spiele die linke und die rechte Hand gleichzeitig. Achte darauf, dass du die Tasten jeweils gleichzeitig drückst. Übe nun auch das in verschiedenen Tempos. Spiele die linke und die rechte Hand. 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 Untertitelung des ZDF, 2020